Wie Sie wissen, benutze ich GitHub, um die Quelltexte meiner Folien für Sie bereitzustellen und Ihnen die Möglichkeit zu geben, Kommentare online loszuwerten. Ich benutze das auch selbst, um wichtige Änderungen, die ich noch vornehmen wollte, mir zu merken und dann hoffentlich in die Verbesserung der Vorlesung einfließen zu lassen. Insofern schreiben Sie mir schön die Issues auf GitHub. Für die heutige Vorlesung muss ich allerdings sagen, ist GitHub nicht besonders hilfreich gewesen, als ich hier online geschaut habe. Denn da sehen wir Issue 30, Vorlesung 22, das ist die heutige, ist ziemlich langweilig. Da steht genau genommen, der Teil zu Äquivalenzen und Normalformen ist nicht sehr unterhaltsam und wiederholt viele Dinge, die den Studierenden bereits aus anderen Kursen bekannt sind. Eventuell sollte man einiges in der Darstellung beschleunigen und stattdessen interessanteres Material einbringen. Das steht da, Open Issue, müsste man mal resorgen. Ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Der Kommentar stammt von einem Studierenden und ich habe ihn dann eingepflegt, der das so zurückgemeldet hat. Ja, man muss vielleicht nicht so viel über alle möglichen Äquivalenzen reden, die Sie schon kennen. Aber ein paar interessante Sachen gibt es doch zu erzählen und auch im heutigen Video wäre ich ein paar interessante Sachen noch Ihnen berichten können. Zum Beispiel zum Zusammenhang von funktionaler Programmierung und klassischer Logik. Trotzdem geht es in weiten Teilen schon um aussagenlogische Äquivalenzen und auch um einige, die Sie bestimmt schon mal gesehen haben. Mein Name ist Markus Kurtsch. Willkommen zurück zur Aussagenlogik in dieser langweiligen Vorlesung. Logische Äquivalenz. Zwei Formeln sind äquivalent, wenn sie die gleiche Semantik haben. Das ist hoffentlich nicht zu überraschend. Konkret gesagt, zwei Formeln F und G sind semantisch äquivalent in Symbolen F äquivalent zu G mit so drei Strichen, wenn sie genau dieselben Modelle haben. Das heißt, für alle Wertzuweisungen W gilt, der Wert von F unter W ist das der gleiche wie der Wert von G unter B. Okay. Äquivalenz schreibt man immer mit drei Strichen, nicht mit zwei. Warum schreibe ich nicht einfach zwei Striche? Warum nicht Gleichheit? Was würde es bedeuten, wenn ich schreibe F gleich G? Es würde heißen, dass F und G die gleichen Formeln sind, also die gleichen syntaktischen Ausdrücke, die gleichen Zeichenfolgen. Und das ist ja gerade nicht besonders interessant. Natürlich, wenn die Formel F genau die gleiche ist wie G, dann sind sie auch semantisch äquivalent. Aber die interessanteren Äquivalenzen sind natürlich genau die, bei denen die Formeln nicht gleich aussehen. Unterschiedlich aufgebaute Formeln, vielleicht auch unterschiedlich große Formeln, die aber genau das Gleiche aussagen. Und eine der frühesten Aufgaben in der aussagenlogischen Berechnung war es, Äquivalenzen zu finden, damals noch im Schaltkreisdesign. Also die ersten Schaltkreise, man will eine bestimmte logische Formel in Schaltkreisen implementieren und möchte dabei natürlich eine möglichst kleine Formel finden, die äquivalent ist zu der Funktion, die man ausdrücken möchte. Und solche Aufgaben sind also schon von vornherein von Bedeutung gewesen und auch an vielen anderen Stellen wollen wir eine Formel gerne umformeln, ohne dass wir dabei die Bedeutung verändern. Aber vielleicht, während wir es uns für unsere Software oder Algorithmen etwas leichter machen. Okay, das also Äquivalenz. Hier noch ein Beispiel dazu. Ich habe zwei Formeln, p implizit q und nicht p oder q. Die sind äquivalent und das kann man auch ganz leicht in der Wahrheitswertetabelle sehen. Hier schreibe ich für p und q alle Belegungen auf. Und dann habe ich die jeweiligen Werte für p implizit q. Das hatten wir direkt so definiert in der Wahrheitsfunktion für diesen Jungtor. Und hier noch die Werte für nicht p oder q, die ergeben sich aus dem Wert für nicht p und der Definition von oder. Und wir sehen jetzt leicht, diese beiden Spalten sind gleich. Also das heißt, die Werte für jede mögliche Wertzuweisung kommt das gleiche raus. Die Formeln sind äquivalent. Ich vereinfache mir die Tabellen übrigens, indem ich jetzt nicht mehr w von p schreibe und w von q und w von p impliziert q, sondern einfach nur die Formeln hinschreibe. Wir wissen natürlich, dass das, was hier steht, die Wahrheitswerte sind, die berechnet werden und nicht irgendwas Syntaktisches. Okay, gut. Das also ist Äquivalenz. Und es gibt jetzt ein paar hilfreicher, aber nicht besonders überraschende Eigenschaften dieser Äquivalenzrelation. Ich habe schon gesagt, ja, die semantische Äquivalenz ist eine Äquivalenzrelation. Überraschung, ja, sonst wäre es ein unglücklicher Name. Das bedeutet, sie ist reflexiv. Jedes Ding ist zu sich selbst äquivalent, symmetrisch. a-Äquivalent b ist dasselbe wie b-Äquivalent a. Und transitiv. Wenn a-Äquivalent ist zu b und b-Äquivalent zu c, dann ist auch a-Äquivalent zu c. Okay, dass die Äquivalenz all diese Eigenschaften hat, erhält man direkt aus den entsprechenden Eigenschaften der Gleichheit. Ja, wir haben ja gesagt, Äquivalent sind Formeln, wenn sie die gleichen Modelle haben. Und die Gleichheitsrelation ist auch schon eine Äquivalenzrelation. Und alles, was man jetzt hier braucht, überträgt sich direkt. Okay, schnell weiter, bevor Sie sich langweilen. Weitere Eigenschaften. Alle Tautologien sind semantisch äquivalent. Tautologie, das war eine Formel, die allgemeingültig ist, die also immer wahr wird. Und klar, wenn eine Formel immer wahr wird und eine andere Formel immer wahr wird, dann sind sie beide äquivalent. Ja, sie unterscheiden sich in keiner Wertzuweisung. Ebenso sind alle unerfüllbaren Formeln semantisch äquivalent. Formeln, die immer falsch sind. Gleicher Grund. Und auch noch eine kleine Beobachtung, die wir machen können. Und semantische Äquivalenz entspricht wechselseitiger, logischer Konsequenz. Also f ist Äquivalent zu g genau dann, wenn aus f g folgt und aus g f folgt. Das ist ein bisschen so wie das, was man auch in der Logik selbst in Operationen ausdrücken kann. Also wenn ich so einen Links-Rechts-Pfeil habe als Jungtor, so eine Formel mit Links-Rechts-Pfeil ist genau dann war, wenn die beiden Implikationen, die da drinstecken, der Pfeil von links nach rechts und der von rechts nach links sozusagen, wahr werden. Okay. Gut. Auch das recht einfach. Ein Satz namens Ersetzungstheorem. Auch der ist ziemlich einfach, ist aber auch sehr nützlich. Und deshalb hat er eben im Namen Ersetzungstheorem. Sei f eine Formel mit einer Teilformel g. Wenn g Äquivalent ist zu g' und wenn f' aus f gebildet werden kann, indem man ein beliebiges Vorkommen von g in f durch g' ersetzt, dann gilt auch f Äquivalent f'. Anders gesagt, wenn man etwas mit etwas Äquivalentem ersetzt, auch wenn es nur ein Teil einer größeren Formel ist, dann wird die größere Formel dabei ihren Wahrheitswert nicht ändern. Wieso gilt das? Naja, ich skizziere es mal. Also wenn wir wissen, dass die beiden Formeln g und g' äquivalent sind, dann heißt das, dass eine Wertzuweisung g erfüllt, genau dann, wenn sie g' erfüllt. Für beliebige Wertzuweisungen. Das bedeutet, ich hatte ja diese logische Konsequenzrelation mit rekursiv definiert und in dieser rekursiven Definition kann man also sagen, dass die Formel, Teilformel g genau dieselben Bedingungen wie g' erfüllt, sodass sich auch für f und f' derselbe Wert ergibt. Ich weiß gar nicht, ob diese Skizze so besonders hilfreich ist. Eigentlich, ich glaube, die bessere Erklärung für auch uns Informatiker ist, wenn sie eine rekursiv definierte Funktion haben, die also verschiedene Unterfunktionsaufrufe tätigt, um ihren Wert zu berechnen und wenn man dann einen Teil des Gebildes, auf dem man die Definition ausrechnen will, durch einen anderen Teil ersetzt, der aber den genau gleichen Wert liefert, wenn man eine Unterfunktion auf ihm aufruft, dann ändert sich der Gesamtwert nicht. Also wenn Sie einen Teilwert, eine Teilfunktion, die Sie aufrufen, in einer größeren Berechnung durch etwas anderes ersetzen, was aber genau den gleichen Rückgabewert liefert, dann wird sich der Gesamtwert nicht verändern. Das ist intuitiv und das, was wir beim Programmieren ständig machen. Da kann die Implementierung einer Prozedur ändern, ohne dass ich Angst haben muss, dass das dann plötzlich an anderer Stelle des Programms etwas schief geht, sofern ich sicherstelle, dass die Rückgabewerte meiner Methode die gleichen sind, wie ich auch vorher gehabt hätte, nur meine Implementierung besser geworden ist. Ja, also das kennt man auch so und genauso ist es bei der Berechnung von Wahrheitswerten, die ja auch durch eine rekursive Funktion durchgeführt wird. Wenn Sie irgendwo innerhalb der Formel etwas ersetzen durch einen anderen Ausdruck, der aber die gleichen Werte liefert, dann werden Sie im Gesamten auch den gleichen Wert erhalten. Okay. Hier ist noch eine kleine Bemerkung, warum ist das eigentlich nur eine Skizze? Die Skizze sagt eigentlich nur, warum man an einer bestimmten Stelle, wenn man eine direkte Unterformel von einer größeren Formel ersetzt, das gleiche Ergebnis erhalten wird. Man müsste, um diese Eigenschaft auch zeigen zu können, für beliebig tiefe Ersetzungen, wo man also weiter unten in der Formelstruktur irgendetwas austauscht, müsste man jetzt eine kleine Induktion, ein induktives Argument benutzen. Also man kann dann nicht direkt ablesen, dass die gesamte Formel genau das Gleiche bedeutet, wie die Formel, in der etwas ersetzt wurde. Aber man kann sagen, es gibt dann eine kleinere Unterformel in ihr, bei der das der Fall ist. Und diese Unterformel, die sich da geändert hat, ist schon etwas größer geworden. Und ich nehme immer mehr Dinge hinzu zu dieser Formel, die ich ersetze, bis ich die Gesamtformel vor mir habe und sage, dass die auch nach der Ersetzung noch equivalent ist. Also das ist eigentlich ein Argument, was mehrere Schritte benötigt. Und die Anzahl der Schritte hängt damit zusammen, wie tief unten die Ersetzung stattfindet, wenn man das genau in einer solchen Art macht. Und genau das Gleiche gilt übrigens auch für die allgemeine Behauptung, wenn Sie irgendwo innerhalb einer rekursiven Funktion einen Teil durch einen anderen ersetzen, dann müssen Sie eigentlich auch ein Induktionsargument verwenden, um zu zeigen, dass das sich bis auf die oberste Ebene überträgt, diese Äquivalenz. Aber, okay, wie gesagt, ich hoffe, es ist auch so intuitiv genug. Jetzt kommen ein paar Dinge, die Sie vielleicht tatsächlich schon gesehen haben, zum Thema der Äquivalenzen, die es so konkret gibt. Und ich beginne mal mit einer wichtigen Feststellung, nämlich, dass man viele Junkturen, viele Operationen, die wir eingeführt haben, auch äquivalent mit anderen ausdrücken kann. Und das haben Sie bestimmt schon mal gesehen. F impliziert G ist äquivalent zu Nicht-F oder G ist äquivalent zu Nicht-F und Nicht-G. Und all das ist hoffentlich auch ein bisschen intuitiv. Ja, aus F folgt G genau dann, wenn entweder F nicht gilt oder G gilt. Und das ist genau dann der Fall, wenn es nicht stimmt, dass F wahr ist und gleichzeitig G nicht. Das ist genau der Fall, in dem F impliziert G falsch sein sollte, wenn das nicht eintritt, dass die Vorbedingung eintritt, aber die Konklusion falsch ist. Okay, das sind also die Äquivalenzen von Implikationen. Bei der zweiseitigen Implikation, die auch Äquivalenz ja genannt wird, ja, F äquivalent zu G ist äquivalent zu F impliziert G und G impliziert F. Das ist das, was ich gerade erwähnt hatte mit dieser zweiseitigen Konsequenz, die sich so ähnlich verhält. Und das ist wiederum etwas, das könnte ich jetzt mit diesen Äquivalenzen hier ersetzen. Ich könnte es aber auch so schreiben, dass nämlich entweder F und G gilt oder Nicht-F und Nicht-G gilt. Also entweder sind beide wahr oder beide falsch. Das bedeutet das, wenn sie äquivalent sind. Dann gibt es noch die demorganischen Regeln, die Sie auch gut kennen. Sicherlich F und G ist Äquivalent zu Nicht-F oder Nicht-G und Analog-Dual zu F oder G. Können Sie das machen. Das gilt auch genauso in der Mengenlehre zum Beispiel, wenn Sie hier Mengen haben und deren Vereinigungen oder Schnitte oder Komplimente bilden, haben Sie diese Regeln auch. Das sind auch bursche Algebraien, in denen man arbeitet dort. Okay, also weithin bekannte Dinge, die Sie sicherlich schon mal gesehen haben. Man kann auch zusätzlich zu den Jungtoren, die wir schon haben, weitere definieren, die man indirekt ausdrücken kann. In der technischen Informatik zum Beispiel sehr beliebt ist NAND und NOR. Die wird manchmal so geschrieben, F hoch Pfeil G ist es NAND. Das ist also Nicht-F und G. Das bedeutet entweder Nicht-F oder Nicht-G sollten gelten. Und NOR ist das Duale dazu. Zwei auch sehr interessante Formeln, die man auch sehr gern direkt verwendet als Abkürzung, ohne jedes Mal sie auszuschreiben, ist TOP, die Wahrheit, für Nicht-P oder P oder auch für P impliziert P. Das heißt, das ist eine Tautologie. Das ist eine Formel, die immer wahr ist. Ich könnte auch viele andere Formeln hier schreiben, die auch alle immer wahr sind. Und es ist sehr praktisch, das mit so einem Zeichen abzukürzen, etwas, was immer wahr ist. Weil, ja, Sie sehen es, wenn man stattdessen so etwas schreiben würde, würde man erst mal das P reinbringen in die Formel, was vielleicht verwirrt, weil das P vielleicht gar keine andere Bedeutung hat. Und es wäre auch viel länger. Ja, also das ist sehr schön und lesbarer meistens. Und dem gegenüber steht, also wenn das TOP ist, ist das BOTTOM oder wenn das Wahrheit ist, ist das die Falschheit. Und es ist einfach eine Formel, die unerfüllbar ist. Also nicht P und P kann gleichzeitig nicht eintreten. Ist also auch immer falsch. Okay, also insbesondere die beiden verwende ich manchmal gern direkt, weil es die Lesbarkeit sehr erhöhen kann, wenn man das hat. Satz, sei F eine beliebige aussagenlogische Formel. Es gibt eine zu F äquivalente Formel, die nur die Jungtoren und und nicht enthält. Also Sie brauchen eigentlich nur zwei Operationen, wenn Sie alles, was ausdrückbar ist, ausdrücken wollen, nämlich Konjunktion und Negation. Weiterhin gilt, es gibt eine zu F äquivalente Formel, die nur die Jungtoren oder und nicht enthält. Also auch Disjunktion und Negation zusammen reichen schon aus, um alles zu sagen, was man sagen kann. Warum gilt das? Naja, im Prinzip durch das, was wir gerade gesehen haben, ist das schon direkt gegeben. Wir können diese Äquivalenzen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, kombinieren und mit ihrer Hilfe alle anderen Operatoren, die nicht erlaubt sind, in diesem ersten Fall zum Beispiel, durch Operatoren, die hier erlaubt sind, ausdrücken. Zum Beispiel kann G oder H geschrieben werden mit der Morgan als Nicht-G und Nicht-H. G impliziert H kann ich so schreiben und G äquivalent zu H kann ich so schreiben. Und durch diese Umformungen habe ich also nur noch erlaubte Operatoren und diese Teilformeln, die ich auf die Art erhalte, kann ich also an jeder Stelle der Formel ersetzen, auch wenn sie irgendwo verschachtelt vorkommt. Das gibt uns das Ersetzungstheorem. Dank dem können wir überall Ersetzungen mit gleichen Dingen vornehmen. Das Ganze, so eine Ersetzung, ist schnell gemacht. Man muss ja jeden Jungtor, der verboten ist, nur ein einziges Mal ersetzen. Das heißt, nach linear vielen Schritten haben sie eine Formel erzeugt, die die gewünschte Form hat. Der zweite Fall mit dem Oder ist analog. Da müssen sie noch etwas andere Äquivalenzen anwenden, damit hier kein Und vorkommt, sondern ein Oder. Okay, das heißt also, mit wenigen Zeichen kann man Aussagenlogik auch definieren. Und wenn Sie jetzt irgendwo über Aussagenlogik lesen, werden Sie auch ein ganzes Spektrum von möglichen Definitionen finden. Manch einer definiert lieber mehr Zeichen, so wie ich das gemacht habe, damit man über jeden Jungtor einzeln reden kann. Und erst später stellt man fest, dass man gar nicht alle braucht. Man kann aber auch bequemerweise alle Jungtoren weglassen und nur eine minimale Basis, wie man sagt, also nur diese zwei oberen oder die zwei unteren zum Beispiel, verwenden. Es gibt sogar minimale Basen mit nur einem Jungtor, wenn man einen geeigneten da verwendet. Und ja, nicht einer von denen, die wir haben. Aber ein Abgeleiteter könnte da schon reichen. Okay, das kann man verschiedentlich machen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Im Endeffekt ist es auch relativ egal, wie man, ob man ein Zeichen jetzt gerade als abgeleitet oder als syntaktisch der Logik zugehörig ansieht. Das kann man auch durchaus von einem Moment auf den nächsten verändern. Diese Perspektive ist ein bisschen so wie bei unseren Automaten, wo wir auch manchmal Kleinigkeiten angepasst haben, wenn es gerade für einen bestimmten Beweis oder irgendeinen bestimmten Algorithmus eine Vereinfahrung gebracht hat. Okay. Das geht also Jungtoren-Äquivalent ausdrücken. So, jetzt gibt es eine Reihe von Äquivalenzen. Die zeige ich Ihnen nur kurz, weil Sie die vielleicht schon alle kennen. Also, wenn Sie sie noch nicht kennen, finden Sie sie wahrscheinlich relativ klar und offensichtlich, zum Beispiel Kommutativität von und und oder. Also, F und G ist dasselbe wie G und F. Okay. Assoziativität. F und G und H ist dasselbe wie F und G und H. Auch das sehr intuitiv, auch das in allen burschen Algebraen natürlich bekannt, auch vor allem in der Mengenlehre. Assoziativität. Distributivität. F und G oder H ist Äquivalent zu F und G oder F und H. Man kann also das F ausmultiplizieren, wenn man so will, ja. Genauso als wäre das und die Multiplikation und das oder das Plus. Was auch was für sich hat, diese Analogie, ja. Multiplikation, null mal irgendetwas ist immer null, ja. Und, ja, es ist also ähnlich wie falsch und irgendwas ist immer falsch, ja. Also, das kann man durchaus so sehen. Das zweite Gesetz gilt allerdings auch und da funktioniert es dann nicht mehr mit Plus und Mal, ja. Also, man kann auch ausaddieren sozusagen in der Bullschen Logik. Also, das heißt F oder G und H ist dasselbe wie F oder G und F oder H. Okay. Idempotenz, F und F ist F, F oder F ist Äquivalent zu F, mehrere Vorkommen dergleichen. Wenn ein Ding mehrmals wahr ist, wird es deshalb nicht wahrer, als es ist. Und Absorption, F und F oder G Äquivalent zu F, F oder F und G Äquivalent zu F. Also, diese Vereinfachungen gehen auch. Okay. Das alles ganz einfache Gesetze. Noch mehr, doppelte Negation ist Äquivalent zu gar keiner Negation. Nicht, nicht ist dasselbe wie F selbst. Der Morganschen Gesetze hatte ich schon erwähnt. Gesetze mit Top und Bottom, ja. Die Wahrheit und die Falschheit haben bestimmte Eigenschaften. F und Wahr ist F. Irgendetwas mit 1 multipliziert ist das gleiche wie zuvor. F oder Wahr ist Wahr. Irgendetwas plus 1, wenn man dann abschneidet, höhere Zahlen, ist wieder 1. Wenn das Maximum 1 ist. F und 0, äh, pardon, falsch, ist falsch, ja. Und F oder falsch ist F. Gleiche Dinge. Und die Negation von Wahrheit ist Falschheit und die Negation von Falschheit, Wahrheit. Okay. All das, was hier steht, können Sie ganz leicht in Tabellen beweisen. Ja, also wenn Sie irgendeine dieser Regeln beweisen wollten, würden Sie einfach eine Wahrheitswertetabelle für beide Seiten aufstellen und dann sehen, aha, die beiden sind äquivalent, da kommen die gleichen Werte raus. Okay. Noch ein Wort zu äquivalenten Mengen von Formeln. Wir wollten ja auch noch zur funktionalen Programmierung kommen. Dazu gibt es am Ende was. Aber vorher noch schnell was zu äquivalenten Mengen von Formeln. Genau wie bei der logischen Konsequenz, wo wir auch schon mit Formelmengen hantiert haben, können wir auch hier über Formelmengen sprechen und deren Äquivalenz. Das definieren wir einfach so, wie hier geschrieben. Zwei Formelmengen f und g sind äquivalent in Symbolen f äquivalent g, genau wie vorher, wenn Sie dieselben Modelle haben. Gleiche Bedingung, nur das Modellhaben bei einer Menge jetzt bedeutet, dass es ein Modell sein muss für alle Elemente der Menge. Und im Prinzip können wir also sagen, eine Formelmenge verallgemeinert die Konjunktion. Ja, also eine Wertzuweisung ist genau dann ein Modell für eine Formelmenge, wenn sie ein Modell ist für jede Formel dieser Menge. Also wenn die erste wahr ist und die zweite und die dritte und die vierte und so weiter. Und ist hier der Operator, mit dem wir kombinieren, also eine verallgemeinerte Konjunktion. Man könnte also auch sagen, oder ja, korrekterweise mit dieser Definition kann ich schreiben, die Menge der Formeln f1 bis fn ist äquivalent zu der Menge der einen Formel f1 und fn. Also das ist gleichwertig. Und was ich hier mache, ist auch Assoziativität anwenden. Also ich schreibe hier nicht viele Klammern, sondern ich lasse die Klammern bei solchen höherwertigen, höherstelligen Konjunktionen und auch Disjunktionen einfach weg. Ja, was ja egal ist, ob ich f1 und f2 erst verunde und dann f3 hinzurechne oder irgendeine andere Reihenfolge hier verwende. Das kann man also vereinfachen. Allerdings kann man sagen, Formelmengen sind schon eine Verallgemeinerung, denn man kann auch durchaus von unendlichen Formelmengen sprechen und das ist manchmal ganz praktisch. Nicht unbedingt in Software, ja, aber wenn man irgendetwas Theoretisches beweisen will oder über irgendwelche Algorithmen nachdenkt, dann kommt das leicht ins Spiel und dagegen gibt es natürlich keine unendlich großen Formeln. Also eine Formel mit unendlich vielen Teilen, die irgendwie mit Konjunktionen verknüpft sind, das ist kein syntaktisches Objekt mehr in dem Sinne. Gut, also das ist Äquivalenz von Formelmengen und jetzt kommt noch ein wichtiges Ergebnis, was diese Dinge zusammenbringt in einer Art, die ich eigentlich schon angedeutet habe vorher, nämlich die im Prinzip sagt, dass die logische Konsequenz der Implikation entspricht und die logische Äquivalenz der syntaktischen Äquivalenz in Formeln entspricht. Satz. Dieser hat auch einen besonderen Namen, der heißt auch Deduktionstheorie. Für jede Formelmenge f und Formeln g und h gilt, wenn aus f folgt, dass g h impliziert, dann oder genau dann folgt aus f zusammen mit g h. Also diese beiden Dinge sind äquivalent aus f folgt g impliziert h oder aus f mit g folgt h. Mit anderen Worten, Sie können das, was hier syntaktisch in der Prämisse der Formel steht, können Sie auch semantisch auf die andere Seite der logischen Konsequenz schieben und die Konsequenz bleibt dann hier allein stehen. Im Prinzip sagt uns das, dass die logische Äquivalenz oder logische Konsequenz sich so verhält wie die Implikation in der Logik. Oder anders gesagt, dass die Implikation in der Logik eine Art ist, logische Konsequenz auszudrücken. Und das ist sehr bequem und nützlich und intuitiv. Es ist normalerweise das, was wir meinen. Wir verwenden ja schon fast die gleiche Sprache, um darüber zu sprechen. Also wenn ich sage, etwas impliziert, etwas anderes, dann kann das sowohl für die Konsequenz stehen, als auch für das, was ich hier syntaktisch schreibe. Und es ist natürlich schön, wenn das zusammenfällt. Es gibt sogar einige, die vielleicht sagen würden, so etwas wie das Deduktionstheorem sollte in jeder Logik gelten. Also wenn ich etwas eine mathematische Logik nenne, dann sollte ich im Prinzip so einen Zusammenhang herstellen können. Das ist vielleicht ein bisschen zu eng. Es gibt auch viele Formalismen, die man mit Logik bezeichnen kann. Aber es ist schon sehr, sehr typisch und sehr, sehr weit verbreitet, dass man so eine Eigenschaft findet in Logik. Wie beweist man das? Naja, man wendet einfach die Definitionen an. Es gibt hier zwei Richtungen, genau dann wenn. Also aus dem ersten folgt das zweite und aus dem zweiten folgt das erste. Ich mache erst mal die Richtung von links nach rechts. Wir nehmen also an, jedes Modell von F erfüllt die Formel G impliziert H. Dann muss gelten, dass in jeder dieser Formel, die weiterhin G erfüllt, in jeder dieser Modellepattern, die das weiterhin G erfüllt, auch H war ist. Sonst wäre die Formel G impliziert H ja nicht erfüllt, wenn es da eine Wertzuweisung gäbe, in der G war, wäre aber H nicht. Also alle Fälle, in denen F und G war ist, machen auch H war. Das ist genau das, was hier auf der rechten Seite steht. Also aus dem folgt das. Und aus rechts folgt auch links, wenn jedes Modell von F, welches zudem G erfüllt, auch H erfüllt, dann muss jedes Modell von F auch G impliziert H erfüllen. Es ist fast nur, als schreibe ich das, was dort steht, nochmal auf und sage, jetzt ist es ein Beweis. Aber es ist im Prinzip auch wirklich so einfach, wie es klingt. Also es folgt aus der Definition unmittelbar. Okay, gut, das nennt man Deduktionstheorem. So eine einfache Aussage und trotzdem ein besonderer Name dafür. Okay, das kann man jetzt vielfach nutzen. Es gibt noch eine Notation, die ich Ihnen einführen will. Man schreibt gerne das Konsequenzzeichen mit einer Formel dahinter, wenn man meint, die leere Menge hat das zur Konsequenz. Also mit anderen Worten, F ist allgemeingültig. Also ohne irgendwelche Vorbedingungen gilt F. Das schreibt man so. F ist allgemeingültig. F ist eine Tautologie. Gut. Ich kann das noch auf den zweiten Teil erweitern. Äquivalenz entspricht der syntaktischen Äquivalenz. Das ist im Prinzip so ähnlich wie der Satz hier oben, nur in zwei Richtungen nun gelesen kann man auch ganz leicht beweisen. Also diesmal mache ich es in einem Zug, in dem ich überall gleich Äquivalenz zeige. Das ist der blaue Gdw-Teil, genau dann wenn. Also F ist Äquivalenz zu G, genau dann wenn. Aus F G folgt und aus G F. Das hatten wir schon mal festgestellt. Genau dann, wenn F impliziert G eine Tautologie ist und G impliziert F eine Tautologie ist. Das ist nämlich das Deduktionstheorem für diesen besonderen Fall, dass ich auf der Seite hier, wo F vereinigt G steht, überhaupt nur G stehen habe. Also wenn da eine eine elementige Menge steht wie hier, und ich verwandle die in diese zweite Form, dann steht da eine leere Menge. Also das heißt, F impliziert G ist allgemeingültig und G impliziert F ist allgemeingültig. Und, na gut, diese beiden Dinge zusammen sind genau das Gleiche, als würde ich sagen, F ist syntaktisch Äquivalenz zu G. Okay, gut. Sie sehen, das sind eigentlich fast nur syntaktische Spielereien. Wie gesagt, ich finde trotzdem, dass man diese Dinge gesehen haben muss und auch verstanden haben muss und auch wissen muss, wenn man mit Logik arbeitet. So einfach die sind, man braucht sie auch ständig. Es ist wie das kleine 1x1 für die Aussagenlogik, diese einfachen Umrechnungen, diese einfachen Äquivalenzen. Wenn ich irgendwas umformeln und vereinfachen möchte, dann muss ich mir dieser Gesetze bewusst sein im Prinzip. Okay, und es hilft auch zu einem gewissen Grad, diese verschiedenen Symbole ein bisschen besser zu verstehen. Ja, also wenn man das eine durch noch etwas anderes ausdrückt, dann hat man noch einen anderen Zugang dazu manchmal. Okay, gut. Und jetzt zur funktionalen Programmierung. Es ist die Überschrift hier Curry, passenderweise. Und damit meine ich nicht ein scharfes Gericht mit Soße, sondern eine Person. Was genau ist hier gemeint? Ja, mit Deduktionstheorien und dem Bezug von Formelmengen und Konjunktionen erhält man ein weiteres interessantes Ergebnis. Und das ist jetzt erstmal nur eine Rechnung, die ich machen kann, nämlich, ich habe die Formel, die ich hier einfach mal ohne Vorbedingungen angebe. Ich könnte auch irgendeine Vorbedingungsmenge, geschwungen f oder so, mitschleifen, aber das brauche ich an der Stelle nicht. Also ich sage einfach, wenn f und g impliziert h allgemeingültig ist, also aus f und g folgt h soll eine Tautologie sein, dann kann ich den Satz des Selektionstheoremen anwenden und kann daraus machen, f und g hat h zur logischen Konsequenz. Ich ziehe die Prämisse auf die rechte Seite. F die linke Seite, pardon. Jetzt wissen wir, Konjunktion ist dasselbe wie Komma in Formelmengen. Ich kann also auch schreiben, f und g hat h zur logischen Konsequenz. Jetzt kann ich wieder das Selektionstheorem anwenden, aber einzeln auf g und auf f. Das heißt, zunächst ziehe ich g nach rechts und dann steht da, aus f folgt g impliziert h. Und jetzt ziehe ich auch noch f nach rechts und da steht f impliziert g impliziert h. Und was ich also sehe, da das alles äquivalente Umformungen sind, ist, dass also f und g h impliziert, genau dann, wenn f impliziert das g h impliziert. Wenn man das so sagt und so liest, dann ist das hoffentlich auch mit dem Sprachverständnis, was man hat in diesen Ausdrücken impliziert und 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 so weiter, naheliegend. Das ist jetzt hoffentlich keine Überraschung. Wenn aus f und g h folgt, dann heißt das, dass das aus f allein folgt, das aus g allein h folgen würde. Okay. Es ist aber auch eine Gesetzmäßigkeit, die allgemeine Gültigkeit hat, über die Logik hinaus. Oder vielleicht sollte man sagen, die Logik hat Anwendungen über die Aussagenlogik, wie wir sie hier betrachten, hinaus. Und das ist dieser Bezug zur funktionalen Programmierung. Also allgemein nicht nur für Tautologien, sondern überhaupt gilt diese Äquivalenz. f und g impliziert h ist Äquivalent zu f impliziert g impliziert h. Und diese Ersetzung, bei der man die eine Form durch die andere ersetzt, nennt man auch Currying. und auch im Deutschen manchmal schön finkeln, nach den jeweils damit assoziierten Personen, die diese Umformungen betrachtet haben. Und jetzt sage ich, das sollten Sie mal mit der funktionalen Programmierung vergleichen. Ja, wieso eigentlich? Naja, weil, was hat das hier mit Funktionen zu tun? Naja, der Pfeil ist eigentlich ein Hinweis. Wenn wir Funktionen betrachten und haben einen Pfeil, dann ist das eine, stellt das eine Funktion da, eine Abbildung. Und der Pfeil geht immer vom Eingabetyp zum Ausgabetyp. Werdebereich und Definitionsbereich. Und was wäre das UND dann? Naja, das UND heißt einfach, dass Sie zwei Eingabe-Parameter haben. Und was das letztlich bedeutet ist, dass Sie eine Funktion nehmen können, die zwei Parameter nimmt, einen vom Typ f und einen vom Typ g und Ihnen als Rückgabe einen Wert vom Typ h liefert. Und Sie könnten genauso gut stattdessen eine Funktion verwenden, die nur eine Eingabe von Typ f erwartet und Ihnen zurückliefert eine Funktion, die einen Wert von Typ g zu einem Wert vom Typ h abbildet. Ja, und das ist, wie man leicht sieht, äquivalent. In dem einen Fall nehmen Sie beide Argumente sofort und erhalten h. In dem anderen erhalten Sie durch das erste Argument nur die Abbildung, die dann das zweite Argument wiederum in h umwandelt. Ja, und das sind äquivalente Umformungen, die Sie beim Programmieren so machen können und die dort genauso gelten und genauso Gesetzmäßigkeiten sind, wie wenn Sie über Wahrheitswerte sprechen. Ja. So ist das. Alles hängt zusammen. Alles ist irgendwie harmonisch und ergibt Sinn in der Mathematik. Ja. Und in der Informatik zum Glück auch. Da wir ja ganz nah an der Mathematik dran sind. Das war alles von dieser furchtbar langweiligen Vorlesung. Ich hoffe, Sie haben es gut überstanden. Wir haben also gelernt, es gibt eine Menge Äquivalenzen, die man sich merken sollte oder einfach weiß, weil man sie schon so oft gehört hatte. Und als nächstes möchte ich Sie noch etwas mehr langweilen mit dem Thema der Normalformen, die wir brauchen, wenn wir in Richtung Algorithmen, Detektionsalgorithmen gehen wollen, mit denen wir dann auch wirklich was berechnen können aus diesen aussagenlogischen Formen. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.